jo leute und damit willkommen zurück zu spark challenge und wieder mit dem flash weiter geht es keine zeit verlieren ich bin ja beim letzten mal gestorben ja muss ich grad weit schon machen oder blödes und ich hatte die kürbisse voll ärgerlich kann man die nun mit weizen füttern oder auch locken weiß ich nicht probier es aber ich muss das noch warten bis es dunkel ist ich habe keinen bock zu verrecken oder naja ich habe es heil nach hause geschafft so ist das ja nicht meine orientierung wieder nach hause zu gehen ich habe mir kein dorf gefunden zweites ich habe echt nur ein fahren kann ich gleich mit dem bett machen was man aus wolle nicht keine fäden machen kann doch geht bei drei fäten biest ja da ja fährt doch mal dunkel echt jetzt oder mit judy metta mit judy metta ging das nicht das ging ja noch so armer junge du blöd kopf weiß nicht was du suchen willst beziehungsweise haben willst ich wollte mir eine angeln machen so eine angel habe ich ich habe nämlich keine strings oder tipp zwei abgeben er ist so gemein zu mir wieder leute echt hätte die mal hey tabelle zentos ich sollte mal sagen meine orientierung ist wie ein stück brot ich bin eindeutig ein schwamm da drinne ich brauche mir einen kompass oder so wenn ich das habe naja ich habe nur kein eisen dafür gerade sonst würde ich immer einen kompass bauen oder zumindest eine karte bauen damit ich weiß wo ich hingehen muss ja weil du es ja wenn du auch raus gehst trotzdem am rand zwingen kannst naja es wird dunkel bei mir naja ich habe mittags und ich versuche jetzt wieder nach hause zu gehen warum nehme ich eigentlich eis mit wenn ich los rein ich bin auch blöd ich bin mal lieber noch essen mit es ist noch wieder bei fünf hühner kein dacht doch reicht doch nicht ja aber mehr habe ich nicht gesehen gefunden da ist mein haus mein haus gefunden oh mein gott ein creeper und gestorben haha nee der creeper nicht ich schade woher kommen ist die creeper ich das war noch nicht mal wirklich dunkel hat sich nicht doch na das soll nicht immer das effort und ich habe nichts gesagt ich habe nur gesagt ich liebe euch doch und ich habe auch gemacht jawohl nice warte mal hier kann ich doch nicht schlafen wenn ich das an hier dann tue ich das einfach ich renne jetzt mal ab in dieser wanne viel spaß ich habe ja eine nähe und da sind schön kühe man es da findest du was man es da findest ein dorf vielleicht was sich verdient ein dorf zu finden klar mehr als du nein ich habe schon eins ja deswegen ich habe das auch mehr verdient als du nein doch so erst mal ein paar eisenwerkzeug machen jetzt sind noch ein paar fackeln mit der ist so gemeint zu mir na leute nein da hast du nicht immer sagen behaupte das nicht doch was war es das nennen holz mit jetzt wenn wir noch schnell versuchen noch ein bisschen zu machen ach du kannst und nacht schlafen ja du mich auch kann so sagen schlägt mal ja schlägt mal jetzt versuchen schnell nach unten zu kommen je kürbisse eine welche höhe bin ich denn hier ja was gehört du hast keine nein kürbisse du bist gemein in der zavanne ist nicht wahr verdammt ich muss aber erst mal berg hochklettern es ist noch schön wie mir lohnsam wird obwohl der stimmt gar nicht ich brauche nur ein emerald da kann ich den eintauschen dann schlage ich zwei fliegen mit einer klappe war es bei der melonsam ja da war nämlich einer glaube der wollte ein emerald gegen sieben melonen ach so dann hätte ich melonsam ähm zack kürbisse kürbiskerne welche höhe ach ich kann noch ein bisschen runter buddeln so zack warte mal das ist jetzt du bist ein arsch Folge 8 ja leute ich schreib mir das mal ganz kurz auf du bist du ein arsch nicht wundern ja ich weiß ich hab mal arsch und mhm du bist einer oh was ist denn hier los hallo guck mal noch ne pferde her yay guck guck ich seh jemand hallo ich möcht gern was verkaufen ich seh dich nicht schade hallo oh zwei kiefer warte mal ihr kommt nicht hoch ne das ist gut aber ich guck wo warst du denn so ich renne jetzt einfach irgendwo hin geist jawoll kür kürbiskerne gold gold ich könnte die kür jetzt auch mitnehmen aber ne komm ich kill die nur ich find da irgendwo schon noch welche hoffentlich findest du gar keine das extra weit latschen muss ich bin sowieso schon weit gelaufen also boah da sind auch noch mehr pferde heftig ne da hast du jetzt ne ebene gefunden hä ee so schnell eisen und gold sammeln im fließend brauche ich gleich irgendwo damit ich mir wenn den kompass eine karte machen kann für mein orientierungss sinn hm boira ist es so ein riesen Berg hallo schmeckt man muss aber darf nie was in der hand haben und hier auf sie aufzusteigen ich glaube man braucht aber auch ein sattel um auf den zu reiten kann sein glaube ja dass mich drauf ist mir ein bisschen kohle noch ein snacken du hast mich lieb ich habe keiner lieb doch das fährt ja als irgendwas falsch gemacht aber ich habe keine ahnung wie man sattel baut ich glaube die findest du oder mit leder und eisen ganz normale sattel ich glaube die ging aus leder naja mit leder und eisen glaube ich ich mach mir mal eine workbench kurz deck eisen wäre jetzt geil dann kann ich mir ein eisen was zu machen schon wieder errungenschaft ich dachte die wollten das ändern warum das ist ja werkbank bauen ach so weiß ich nicht ja ich dachte die wollten das auf dem server speichern ja ich weiß es nicht kann sie nicht sagen heute bei mir müssen sie dann ja auch weg sein die errungenschaften oder bei mir sind es nur da keine ahnung wo alles voller pferde echt ist immer wieder eins ab brauchst du nicht so nett doch nein hast du nicht verdient doch glaubt das verdient nein ich habe ja ich habe ja schon mal verdient wieder den nächsten abzuhaken nämlich mein bett zu machen das auch nicht hier ist echt alles voller pferde hast du eine wiese beziehungsweise eine flache ebene grund nicht weil eigentlich findest du die nur von den ebenen steht so mindestens da war ich ein dungeon das in der portal das ist nicht dein ernst ich mache mir mal ein screenshot davon weil ich glaube ich kann durch die erde durchgucken durch den chunk fehler das kommt das ist cheaten nein ist es nicht qualifiziert nein ist kein cheater raus du bist doch nur beleidigt das ist das ist bug using ja was kann ich denn dafür dass ich das sehe ich kann da nix für hier ist eine schlucht da unten ist wird es ansprich da unten ist obsidian ich springe ich jetzt hier runter also die koordinaten sind gespeichert weil das ist ja nicht verboten komm das ist doch voll unfair ich habe das nur zufällig gefunden ich weiß auch nicht warum der rumspackt mit dem laden bei mir kann ich das auch mal eben haben wobei ich zehn gigabyte zugewiesen habe ich habe fünf und halb oder so was ich kann auch noch mehr zuweisen so ist das ja nicht ich will euch nicht und das ist nicht wahr ich renne die ganze zeit nur gerade aus aber das zählt ja erst wenn man den wirklich gefunden hat ja du musst auch da lebend rauskomme ich muss da reinkommen da zählt das nämlich schon so jetzt gibt es noch diamanten finden wir kommen irgendwelche dem mann ist noch irgendwelche herum liegen oder nicht diese schank fehler hat das nicht voll ja muss klar nervt voll ja dann schon habe ich doch schon gefunden also ja das ist doch das ist nein no glück gehabt er nicht in lava reingefallen weil das ist jetzt ein bisschen nervig ist das gerade schon naja das hatte ich richtig eingestellt das ist komisch dass er nicht ordentlich leck mich am zuggalli ne elf minuten sind wir naja hab ich schon gesehen nein hast du nicht nein dann beginnt ja schon wieder die Wüste ich bin jetzt einfach nur gerade nur geradeaus gelaufen das gold ich will kein gold kack auf gold obwohl ich brauche gold für den apple dann komme ich dir jetzt am schlossen dran obsidien würde ich mir jetzt mal filmen wenn ich mit einmal in den dorfen würde warum ja warum wohl wegen bücher naja dann würde ich mir ein portal bauen so nein dann würde ich gucken wo ich rauskomme nein bitte nicht bitte ich stelle mich jetzt in die ecke und will nicht sterben nein bitte ich sterbe wieso in lava gewesen hey schön oh da war noch ein lava spot oh nein oh doch oh ist das ey warum immer ich wo muss ich denn jetzt runter da oder da da muss ich lang darum würde ich sagen ne darum immer du oh nein äh ja hallo zombie war ich nicht doch nein schnell 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 material wieder also ich hoffe das auf jeden fall nicht nach hause also ich bin schon wieder gestorben also das ist ja eine andere sache ich glaube ich hätte ein Descourt einsetzen sollen ja ne ich meinte es ähm in der zeit wo die zeit jetzt abläuft also bevor er zu ende ist das wird schon wieder dunkel nein naja wir haben wir noch ein bisschen aber das ist gerade ärgerlich hier ach menno ich hätte unterwegs schon die ganze zeit ein neues bett bauen können ne hättest du mal machen soll für unterwegs aber da hast du da den spawn ne ja ja aber ich weiß wo ich hin muss um zurück zu kommen so ist das ja nicht ne bist du bestimmt in einer richtung nur gelatscht ich bin nur gerade ausgelaufen na gut das ist ja was anderes ich sehe mein material yay yay nein kommst du da jetzt hoch ich bin gerade in der wüste aber ich finde hier keine Festung ist ja richtig so klick nicht nein doch kannst du selber machen nein ach ja ach so runter bo techniques ar sizes alsoộ knees die schweiß monstra letztendlichяч athlete das wäre auch ein gutes ziel geworden das war was waren dann noch für miese ziele so kürbis und so weiter sind ja auch mies am ende den ender drachen da musst du infiniti auf dem bogen haben hey zombies heute sterben mittlerweile müssen wir gleich aufpassen mit der zeit kommt bei der kom 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 spider ja ich weiß ich weiß schon 40 die so meist war auch log auf lock auf lock auf lock auf lock auf verzauerten bogen nein 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 nicht verrecken nicht verrecken nicht verrecken nicht verrecken verreckt scheiße jawohl ich muss auf jeden fall in der nächsten aufnahme noch dahin kommt ganz schnell weil zeit ist nämlich gleich um gut sagen denke ich mal raus ich würde sagen ich bin dank um ich wieder fürs zu gucken so wie immer und bis zum nächsten mal tschau tschüss